ich fahr jetzt zu viele nach so durch den park geht in unser schiff kaputt jetzt habe ich auch verstanden in die richtung bitte und durch die anderen da kann ich dann durchfahren fisch ohne sparsch hier das gucken wo waren wir hatten wir da Wollte mal auf was in DS zuschreiben. Bitte, danke. Loll, was ist denn das hier? Lass es mal mitnehmen. Also wenn es sich sowas schon anbietet. Oh, ich werde mit euch das so eine Falle. Da kann ich ja jetzt so drauf wetten. What the fuck war das? Hier sagt doch irgendjemand was. Hier flüchtet irgendjemand was. Ah doch, den Turm habe ich anscheinend schon kaputt gemacht. Hä? Nee. What the fuck? Ach man. Scheiß Zombie. Oh scheiß Creeper. Hat doch, dann habe ich den Aussen. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Zu viel. Zu viel. Monster. Ich bin ja. Monster. Spinne. Ich bin gleich down. Guck mir die Eier. Was? Von? Alter. Verpiss dich. So. Oh, wir müssen diese Giftspinnen hier ankotzen. Ja klar, da ist nochmal eine. Ich will mich faschen. Ich will bloß XP fahren. ich habe ein bisschen gas Fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich. Hörst du, kannst du mal aufhören, was in den Chat zu schreiben? Warte. Jetzt muss ich kurz sagen, dass der Bitten im Channel-Chat schreiben soll, nicht im Dingstead. Weil sonst fährt die ganze Zeit dieses Ding. Und das regt mich jetzt selber auf. Aber ich habe gerade noch nicht, bin ich gesehen. Ein Elefant, was? Ich bin ja mal gespannt, dass der droppt. So. Was hat denn der? Oh, ich bin schon voll. Äh. Okay. Ja, Mexico Diamond. Ja, wie egal. Ist ja richtig geil. So, was hat der gedroppt? Was ist das? Okay. Okay, okay, okay. Seht ihr hier? Eine Hexical Blumennäge. Mh, maaaan. Ne, ist nichts zu sehen. Mh, ne, ist nichts zu sehen. Dann, ähm... Dann könnten wir das eigentlich nicht ausgenommen haben. So, ich gehe einfach mal ein Stockwerk nach unten. Das war eins zu viel. So, Becken durch. Und ich glaube, das Giant Sword, das hält auch viel länger, wie die ganzen anderen Kramsdinge hier. Oh, Gott. Und macht auch viel mehr Schaden. Oh Gott. So ein Monsterzombi. Ich muss da unbedingt dieses... Dings da drauf machen, oh, wie heißt es? Alles. Nimmt schon ab. Ich will mich verarschen. ich muss jetzt hier irgendwie machen dass ich hier wieder herkommen weil ich würde jetzt gern meine level irgendwie um jetzt gehen was verzaubern mit sonst würde ich immer das lässt schon machen aber jeder hier schlecht kann ich eigentlich mittlerweile teleportieren ich will keinen marken sensen wir guten das teleport zu kürzer oder select marker ok das finde ich finde ich kacke das wollte ich doch glaube ich auch mal umstellen weil die mich erinnern was mache ich denn jetzt mal nachher habe ich wieder so viel xp weil umso mehr xp man hat umso langsamer jedes jahr hoch also ich glaube ich ihr wisst was ich meine ob ich zumindest ist eigentlich würde ich jetzt gern irgendwie sagen okay ich würde gern auf meinen auf meine rüstung irgendwas verzaubern das kostet jetzt so und so viel und jetzt habe ich level 30 jetzt würde ich gern heimgehen wirst du was ich mache jetzt hier einfach mal eine kleine aufnahme pause dann guck ich mal wie das geht mit dem und teleportieren also bis gleich